beter Na grezzi, servus Jurn guten Tag, hallo und herzlich Willkommen Wir sind hier bei Schreck, wir wollen, dass die Leute auf unseren sumpf verschwinden Wir wollen Leuten erschrecken und wir sind wieder in Thanos Modus Ich hab was gefunden hallo ich hab's gefunden Ich, ich b'ne eigene Mission Ich bin ein Elementer Gold Ich bin eine Se concludes game ich bin einzig föہer Schreck Ich habe auch nicht gefunden habe jetzt, Rami. Ha, wie die Ehre. Schau mal, schau mal, was ich gefunden habe. Schau mal. Ach ja, Ronja, wie finde ich das eigentlich. Ha, wie die Ehre. Ja, Ronja, 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 hinter dir. Hinter dir. Hi. Warte, warte, warte. Willst du Stress? Ja, alles, ja, willst du Stress? Ronja, mach das mein eigenes Essen. Ja, wow. Verdient hast du das. Komm her. Ich fühle mich sehr schuldig, aber eigentlich nicht. Mein Charakter hat sich schuldig, aber ich fühle mich. Da ist eigentlich gar nix. Das ist nur das. Ich weiß nicht. Oh mein Gott. Ey, Tops, komm Alja, wir haben einen Ausweg. Wir haben Ausgang gefunden, Tops. Oh Gott. Weil sich Ronja die blöde Kurven gebracht hat. Wirklich? Ja, weil ich sie abgelenkt habe. Wer wollte meine Eiskisten dir stibitzen wolltest? Ich bin doch Thanos. Da steht nicht dein Name drauf. Tops, schau mal. Hüpf mal. Siehst du da draußen die Eisentür? Ja. Eisfalltür? Ja, komm mal, Ronja. Nee, Ronja darf es. Flo, du bist so. Flo, du bist so. Ich hasse mich, Flo. Weißt du, ich habe es auch noch gewusst. Außer, Trader, den Kontakt. Flo, du dachtest, ich bin es, obwohl ich wiederbelebt wurde. Gut gemacht, Flo. Ich dachte, das ist Ronja. Ich dachte, das ist Ronja. Ich dachte, das ist Ronja. Manchmal denkt. VW Golf. Ne. Boah, boah. Flo, du bist so. Ok, wisst ihr was? Ich werde jetzt Guido, ok? Was willst du? Was willst du? Ich bin jetzt mal kurz, weil ich muss ein Skinnet-Rennen machen, oder? Ok, warte. Ich bin jetzt Fahrtenführer. Fahrtenführer? 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 Ja, ok. Warte. Haben wir schön gefangen? Easy live. Ja, ich komme da schon. Ich wollte kurz in den Spinn kacken. Hallo. Alter, Julian. Was ist denn? Hey, wir wollten eine Besichtigungs-Zur machen. Du hast die Sichel, der hat. Die Wolfsichel. Okay. Die hat er von letzter Runde. Er hat sich reingeworfen. Wir haben zwei Chancen. Entweder ich kill dich, oder du überlebst. Oder ich sterbe. Guten Tag. Unsere Gruppe legt los in T-10 Minuten. Sie haben jetzt noch mehr zu holen können. Hallo. Ey Tom, schlag mich mal mit der Hand. Weißt, dass du's bist. Mit der Hand? Hä? Mit der Hand? Fail AP. Ok. Ne, schlag mir mit der Hand. Uga Aka. Hör mal zu. Hey was der Hölle? Warte. Warte. Oh nein. Oh nein. Du hast Kryptonit. Das hab ich dir. ich bin jetzt alle geheimnisse die ja alle noch nicht kannte nicht hier hinten hat man eine chance dass die kiste gespawnt hier gibt es ein secret hier sind reisenkisten und oben ist eine falltür da kommst du von oben runter ja ich gehe jetzt runter jörn hör doch aus wie ein don zu schlagen ich bin schwer und wenn du kannst kannst hier rüstung kraften als noch ein heiß kann ich mir auch wenigstens ich habe mir zu kommen wieder hoch wenn ich drauf drücken jetzt ich muss ja den sound erstellen warte ich bin aber auch am looten heute menschen wo ist das nächste mich überlegt und ja das war auch die ganze zeit nur was habe ich nur jedes mal so während der aufnahmesession müsst ihr wissen wir von einem aggressiven hand gebrochen ist laut ich weigere mich doch ich bin ich habe gar nichts ich tue es funktioniert doch doch du musst am rand am rand da musst du drauf wieso wurde herr flo lebt noch ich weiß nicht wohin ist ronja ja aber du weißt schon dass du sehr schlecht noch im pvp bist das weißt du noch oder ja okay ich wollte sie nur noch mal gesagt links hinter der tratter ist nicht schlimm also schießt du auf mich bitte sagen sie die location wo sie gerade du bist schlechte pvp wer lacht jetzt seid ihr denn das ist im land der toten wo bist du noch nicht im land der toten hat die aufgabe von jemand ganz bestimmten bekommen alle zu vernichten okay du kannst gar nicht vor den schreien immer jetzt an auszug auf ich bin tanus es ist topz oder ronja es ist topz ja das team ja ich bin da wo ich bin wir müssen ronja töten kann man vor die schule komm mal vor die schule digga wer ist er guten tag sie haben einen glückstag gewischt ich habe einen glückstag gewischt guten tag kriege ich jetzt ein poni ich bin ein poni ich bin ein poni ähm ok ich mach alle items poni das ist alles was ich habe ok alles ich bin von der schule bei der orientierung wo bist du denn jürgen von der schule warte ich komm beieinander pet oh das ist ja lustig oh was ist das warte mit ihren geschäften zu machen äh cow pet kann man kann ich jetzt melken ich habe dir eine ancient siphon death hingelegt sie können sich selber melken vor die schule bedien dich auch wenn du hier nicht bist ey hier da ist dein ding hier ich habe sie hingelegt warte hier hallo ich habe cooldown wer heißt deine topskills jürgen wir müssen reden wir können das nicht durch das ist du hast mich gar nicht gekillt ja das war ronja das war floh nein ich war ich selber ja ja jürgen jetzt bin ich verwirrt ähm ähm jürgen jürgen du kommst auch komm beide mal her okay vor die schule wir müssen reden okay ja man kann ja alles durch gespräche klären nein nicht mit ronda ronda ist böse ronja ronja riecht gerne an Lakritzstangen und leg die dann ab ich bin da für die beratung tors ja ich komme gleich einen moment ich muss kurz testen tors komm her ja ah easy tors tors wir wollten doch reden tors 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 kann wir nicht mehr reden muss es sein ja ich bin Thanos 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 Avanger ich bin ein Avanger ich bin ein Avanger 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 ich bin ein Kreisler Voyager hä eine Kreissäge eine Kreissäge Voyager Avanger ne es gibt wirklich ein Auto das ist ein Kreisler Voyager das ist ein A Team Auto das ist aber ein Switcher die Switcher Arne Ronja kennst du wenigstens noch das A Team oder so ne hab das nicht geguckt nicht auch nicht wirklich aber die die Melodie kennt man doch die Melodie warum 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 sind da 12 aggressive mein Freund der Sonne ich mach dich kaputt ich 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 schaffe jetzt eine Armee ok herkommen herkommen du auch herkommen ein bisschen weiter nach hinten alle herkommen Leute kommt mal vorne oh das Baby nein meine Armee verbrennts nein meine Armee verbrennts ähm nicht verbrennen nicht verbrennen nicht verbrennen nicht verbrennen du darfst nicht verbrennen da ist warum ist da Baby ähm warum ist da einer mit einem komischen Kopf und Infinity Gauntet Jürgen es war der Armee es war der Armee es war der Armee hallo hier ich bin der Sklaventreiber hallo hallo da hallo ich kann mir nichts kaufen warum hab ich so wieso krieg ich dir ein Schwert geh rote geh rote geh rote nein ich bin der Wans ich bin der Wans nein hä 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 hallo ich hab hier ein Schwert geschlagen da ist einer Wans stecken geblieben ist hallo also ist hallo hallo ich bin schon wieder lau ich hab hier ein Schwert geschlagen da ist einer Wans stecken geblieben und gestorben ey ey hau mich nicht Mister Thanos Verkleidung mit Dings scheich scheich Au Johnny komm mit ja ok wenn ich das schon kenne hau ich dich tot kennst du safe noch nicht das ist neu das ist ein Update 4.018 Beta wiii geil was ok äh Ronja das bedeutet dass deine Füße schon unter sich wachen sollst machst du jetzt Lava hier runter und dann verbrenne ich was denn das wow was denn ich äh es war Tops du wusstest also bist du gar noch reingerannt aaaa au wow ich nehm's du 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 Du. 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 Ddu. Du. яни Das ist jetzt schon nicht hier. AlemИ acts éventuell cuộc. Der pausekrieg ist so. Das ist echt so ne doppelfolge. Enumma bloß vorne. Kops komm mitzher. Und entschuldige dich. Felix Locker. Ich of sich nochmal season sie meint. Drei herzen. Tops war die Französico Thomas genannt. Hey. Du bist ja ein vollidiot. Das zeigt man aber nicht. Doch, ich hab ihn vorher getetet und er läuft runter. Warum nach oben da, für diese etwas größere Folge? Schlaf schön, drei und drei. Wir haben noch nicht. Wir haben noch nicht. Aufgehört. Tschau. Tschau. Tschau.